Ist das gut zu machen? Ja. Also gut, ich werde etwas versingen. Ich werde singen. Ich werde singen In deinen Augen. Na, sehr gut. Es wird ja erst gut sein. In deinen Augen steht es geschrieben, was mir dein Mund verborgen hat. Ich will dich lieben, ewig dich lieben, weil du mein Alles auf der Welt.